Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind auf jeden Fall dran die Heususen von Röder Feuerwerk. Technische Daten könnt ihr gerade sehen. NEM 36 Gramm auf vier Stück. Sind sozusagen so ähnlich wie Funke, Tornado-Wirbel oder von Blackbox die Teufel-Teile. Ich weiß gerade den Namen nicht. Preislich liegen wir hier bei 3 Euro. 2,95 Euro habe ich bezahlt. Der Link von Röder ist unten in der Beschreibung und ich warte einfach mal sagen, wir gehen gleich mal raus und testen die Heususen von Röder. So Freunde, wir versprochen jetzt die Heususen im Test. Wir gucken mal wo die Zündschnur ist. Einmal zwei Stück. Gucken wo sie runterkommt. Da war sie. So, die letzten zwei machen wir auch noch. Da ich die Zündschnur finde, da. So. So Freunde, das war's dann wieder. That's good. Let's go. Shut up bro! Untertitelung des ZDF für funk, 2017